moin moin liebe leute und herzlich willkommen zurück zu queen hell eine weitere runde eine weitere folge und schön dass du auch mit dabei bist ja auf geht's so warte mal ich könnte doch eigentlich hier noch mal kurz nigger machen bitte noch mal auffrischen bevor ich hier wirklich letztendlich weiter laufen ja so passt alles was sie dann sollte ich jetzt keine gleiche machen einen moment nochmal die anwohner okay ja so viel essen habe ich ja gar nicht dabei gehabt die haue ich mal weg okay da wird es zwar wieder in der nacht sein aber hast schon so einmal trinken und zwar wo möchte ich heute hingehen also ich bin ja hier jetzt nicht ob es hier unten irgendwie noch mal weitergehen würde also da weiß ich sicher da geht es noch mal über in ein anderes gebiet von hier aus da habe ich glaube ich noch gar nicht probiert ob ich da irgendwie überkommen würde mich auch mal interessieren und abklappern also das heißt ich muss ja in den westen also darüber na dann leute auf geht's auch von ein weiteres abenteuer also von hier sieht es natürlich nicht so aus als wenn da hinten irgendwas wäre von der karte her schon ja das ist ich gucke einfach mal mal da ist eine hülle da werde ich jetzt einfach mal da lang laufen okay alles klar das war wieder eine maus die sich vergraben hat die wohl unter dem erdhaufen folte bin ich mir auch nicht ganz so sicher stimmt hierbei ein legenden stein aber das wasser ist jetzt sauber hier kann man es trinken weil ich ja die kann ich das auch hier auffüllen ja das ist weil ich ja die eine legende gemacht habe den gott besänftigt oder dieses ding da besänftigt oder so na und war das schon was tolles na wird nicht die höhle eigentlich hin weiß es kann ehrlich gesagt gar nicht okay frische energie tanken am ende der höhle hat das doch nett aufgetankt jetzt muss ich aber gucken wo bin ich eigentlich 40 38 40 da oben würde ich jetzt einfach hier mal weiter marschieren müsste ich genau Richtung süden die bananen mal einpacken da geht es tief abwärts die bananen mal einpacken ja eigentlich immer 41 39 41 39 hier oben ich glaube hier und ist da bin ich jetzt hier dann gehe ich mal weiter ein bisschen in westen weiter 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 ja ob hier geht es runter war 42 39 42 39 also hier irgendwo ich wollte eigentlich dahin aber anscheinend geht das nicht vielleicht muss ich aber auch von da rüber schwimmen oder so das wäre auch eine möglichkeit weil ich hier hinten hier hinten ist ja so jetzt nichts ja guck mal da ist eine brücke da ist eine brücke wie komme ich dahin hier heute mal was essen hier zwei habe ich ja schon eingepackt also kann ich die ruhig weg mampfen da hinten da ist eine brücke aber wie kommt man denn dahin ist ja so ein einzelner felsen hier irgendwie da geht es dann auch weiter vielleicht ist es aber auch erst später ich muss noch mal genauer gucken hier ich glaube ich habe es gefunden guck mal einer an nicht hier oben da ist ein schlangenzeichen ich denke mal ich muss irgendwas machen um da durchzukommen und dann nach der hinten zu kommen weil da unten ist nämlich auch noch mal so ein stein da sind vermutlich dass das vielleicht so ein bisschen aus wie so ein portal hier da was betungs an würdiges okay das heißt hier geht es für mich eigentlich nicht weiter dann werde ich jetzt gucken dass ich jetzt da hochmarschieren das heißt ich bin jetzt irgendwo hier glaube ich müsste ich so nordwestlich dadurch ok na gut auf geht's auf geht's oder soll ich noch mal kurz an meinem lager vorbei trockenfleisch das wäre auch noch mal eine möglichkeit na der müsste ich eigentlich so nordöstlich mehr norden als östlich er kommt das machen wir ich gehe noch mal kurz ans lager vorbei da habe ich noch trockenfleisch drauf hatte ich mich da noch mal ein aber dann würde ich gerne hier genau an diesem see in diesem ich bin mir aber auch nicht sicher dass der eine schwarze schiff fisch da vielleicht und das war was ist da ist die höhle jetzt sind wir doch da in dem einen übergang so hier kann ich ja gar nicht richtig laufen ja um dieses portal zu bewegen brauchen wir vielleicht alle legenden das kann natürlich auch möglich sein also ich würde es tatsächlich einfach mal erst mal weiter laufen einfach mal erst mal ein bisschen machen und tun der rest ergibt sich dann 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 hier sieht es jetzt aber auch nicht nach Fisch raus. Überhaupt nicht, ne? Ne, hier sind gar keine Fische. Auch da sind Fische. Fischi, Fischi, Fischi. Ich glaube, das ist er. Knochenzüngler. Sammeln. Also, ich nehme den jetzt mal mit. Und dann kann ich es ja auch einfach mal ausprobieren, ne? Mann, das werde ich ja relativ schnell merken. Ob es der ist oder nicht, ne? Oh, hängt fest. Oh, da ist er schwarz. Das sind aber, glaube ich, auch diese Knochenzüngler. Das sind, glaube ich, auch die Knochenzüngler. Aber ich würde den gerne einmal holen. Aber ich glaube nicht, dass ich die hier kriege. Da. Yes, Baby, da. Okay. Stammes Speer nehmen. Er ist auch ein Knochenzüngler. Nee, ist auch ein Knochenzüngler. Okay. Dann kann ich vielleicht doch recht haben, dass es vielleicht der ist. Wenn mir jetzt den doch nochmal mit... Hab ich noch ein Stück Eisen hier, zufälligerweise? Ich hab noch ein paar eins drin, aber... So ein Mist. Da hab ich kein Eisen mehr da, ne? Eibenkleister. Das ist aber echt ein bisschen doof. Obsidian. Also, auf jeden Fall muss ich mal wieder ein Eisenstück mitnehmen. Das steht fest, da ist alles Obsidian. Ja, dann würde ich doch das Teil einfach mal mit da reinlegen. Leg das Teil einfach mal mit da rein. Eisenstücke. Ich brauch auf jeden Fall drei Eisenstücke. Gell? Damit wir da... schon mal ein bisschen was haben. Tischgeräten. Herstellen. Angelhaken. Oh. Stell die mal kurz her. Da krieg ich noch ein bisschen ein paar Punkte, ne? Okay. So. Na ja, komm, das zerstören wir mal. Dann liegt's hier nicht dumm rum. So, die Schuppe hab ich drin. Ich hab eigentlich alles drin. Der Reißzahn, Federschuppe. Wenn's die Schuppe ist. Ähm... Ich hab mal ganz kurz was gucken. Und zwar... Drei leere Schlammformen. Dreimal geschmolzenes Eisenstück. Ein Stock. Ein Stock. Ja, gut. Ein Stock ist ja relativ schnell hier zu finden dann, ne? Ein Harz hab ich ja. Okay. 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 Ich glaub, das ist ganz okay. Na ja. Okay, komm. Wir legen uns ins Bett. Ein kleines Schliefchen machen. Auch wenn's gerade wieder Tag ist. Schade eigentlich. Aber ich will jetzt nicht zu spät aufstehen. So. Okay, auf geht's. Ein Stück Fleisch. Essen. Ja, jetzt hätte ich zwar gerne eins mitgenommen, aber... Egal. Also wenn man sich hier auch nicht aufhält. Wie lange halten die Bananen noch? Oh ja, das ist... Das ist noch okay. Und die Frucht noch nehmen. Oh, ich bin ratzedicke voll, ne? Voll gepackt. Wie geil ist das denn? So. Und natürlich auch da 100, 100. Zack, zack. Ja, hier. Also ich hab ja hier dieses Fischfleisch. Oh. Das sieht aber auch mächtig groß aus, ne? Auch nicht schlecht. Okay. Gut. Ich bin hier. Den geh ich jetzt direkt in den Westen. Darüber. Wenn ich Eisenstöcke hab, muss ich halt nochmal hier vorbeikommen, ne? Geht kein Weg dran vorbei. Direkt in den Westen. Da einmal mitten durchs Dorf durch. Ja, ich muss mir dann das Eisen einpacken. Da muss ich halt andere Sachen wegschmeißen. Drei Stücke brauche ich. Oh, guck mal hier. Bananen. Hm, lecker. Sonst ist hier schon mal nichts drin. Aber guck mal hier, blaue Pilze. Jawoll. Mitnehmen, alles einpacken. Die geben mir dann schön die... ...energie wieder, ne? Ja, die ich dann immer wieder benötige. Vor allem auf meiner langen, 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 langen Reise. Ich glaube, die Kinder kommen immer wieder nach und laufen weg. Ach so, das war da untenrum. Ah! Lauf um dein Leben. Ich will dich nicht mehr. Okay. Da-dam-da-dam. Da-dam-da-dam. Ist doch so schön. Laufen wir mal hier lang. Nun wieder habe ich das Gefühl, dass ich da... ...ein Puma höre, ne? Aber... Na du, Licker? Alles klar bei dir? du willst nicht so jetzt lass mich gucken ich bin jetzt bei 43 35 43 35 da also immer noch weiter ich bin im westen also da hinten und müsse hallo ich nehme ich mit tisch essig geht es nicht weiter weil wir doch glaube ich verlaufen nach 44 36 44 36 muss ein bisschen in den norden doch der andere weg ok moment haben wir gleich jetzt habe ich gar keine spitzhacke dabei dafür nicht eisen finde ja da muss ich lang und dann da oder da ich habe gerade keine ahnung 44 34 34 da glaube ich eher westen also da erlangen navigieren 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 wir uns hier mal durch und dann da durch die höhle das sieht ganz gut aus bitte jetzt nichts beißen oder stechen nur auf der durchreise der ist schon platt den wach ich platt ich habe da durch weiter diese bücher sind eklig oder mal ich glaube ich mache jetzt immer zerstören ne da war eine legende wo laufe ich hier nur hin wo laufe ich hier nur hin weiß es auch noch nicht 0 45 35 45 45 ich laufe ein bisschen falsch ne wo ist es immer noch im westen also da eigentlich lag ich glaube ich habe den falschen eingang genommen ne warte mal das ist doch wie viele egel habe ich dann gerade einmal dran was höre ich da warte hängt noch einer am baum aber gut an der stelle sage ich danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss dass